Februar in Berlin. Kurz vorm Frühling zieht uns das Wetter noch mal so richtig runter. Aber keine Sorge, es gibt Grunds für Freude, denn bald geht die Berlinale 2013 los. Die Hauptstadt erstrahlt mal wieder im Glanz des Internationalen Filmfestivals und der internationalen Filmgrößen. Und wir von Fluter haben ein super spannendes Monatsthema vorbereitet. Abenteuer Film. Wir von Fluter versorgen euch mit den wichtigsten Storys rund um den Jugendwettbewerb der Berlinale. 14 plus. Und unsere Fluter Reporter, die Gewinner des Projekts Abenteuer Film, sind natürlich auch mit dabei. Sie werden unter anderem von hier berichten, aus dem Haus der Kulturen der Welt. Hier werden nämlich alle Premieren stattfinden. Und passend zur Berlinale haben wir von fluter.de uns auch schön rausgeputzt. Unsere Website kriegt nämlich ein neues interaktives Design. fluter.de in neuem Gewand, passend zur Berlinale. Wenn du es dieses Jahr nicht auf die Berlinale schaffst, aber trotzdem gute Filme liebst, gar kein Problem. Wir versorgen dich mit allen Informationen. Und wenn du denkst, dass du es mindestens genauso gut kannst, dann mach mit bei unserem Fluter Handyfilm-Wettbewerb. Mehr Informationen gibt es auf fluter.de. Na dann kannst du jetzt losgehen, oder? Auf ins Abenteuer Film! Bis zum nächsten Mal!